Und hier ist die Mannschafts-Ausstellung von Borussia Mönchengladbach mit der Nummer 1, Roman! Mit der Nummer 4, Neven! Mit der Nummer 5, Sebastian! Mit der Nummer 8, Ilkay! Mit der Nummer 9, Robert! Mit der Nummer 16, Jakob! Mit der Nummer 18, Louis! Mit der Nummer 19, Kevin! Mit der Nummer 23, Julian! Mit der Nummer 27, Philippe! Mit der 29, Marcel! Jürgen! Jawohl! Also sagst du, die Hörner von Hitz-Leggerich, Treffender-Moyce, Daniel Armando-Moyce, Max Humboldt von Hübschicht und Leonardo Bittencourt. Trainer von Borussia Mönchengladbach ist natürlich unser Jürgen! Und jetzt lasst uns hier mal ein schönes Feuerwerk abbrennen. Und bei den zwei Spielen, dem eigentlich das erste schon mal auf jeden Fall gewählt. heavest du Helgen ist viel zu vieles Feuerwerk auf jeden Fall gewählt. Achtung! Vielen Dank. 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 ... 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